Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Heute packe ich für euch das Samsung Galaxy S9 aus. Heute ist der offizielle Release Tag in Deutschland. Wenn man es vorbestellt hat, über ein paar Umwege hat man es vielleicht eine Woche eher bekommen. Aber ich bin keiner von diesen Leuten, die hier nachts vorm Store schlafen und so weiter. Nehme mir recht aus. Ich hoffe euch ist dieses Unboxing nicht zu spät. Was haltet ihr eigentlich vom S9? Seid ihr gehypt oder scheißt ihr drauf, weil das S8 so gut wie dasselbe ist? Ich bin sehr zufriedener S8 Nutzer seit einem halben Jahr ungefähr. Etwas mehr. Und ja, jetzt habe ich dank Spigen, das ist mir ein fairer Shoutout an dieser Stelle, das ist der Hersteller dieser Höhlen hier. Dieses ganze Stapel ist hier um genau zu sein. Die haben mir nämlich auch etwas dazu gegeben zum Handy. Da musste ich nicht die vollen 850 Euro bezahlen. Keine Angst, das ist nicht mehr als die Hälfte gewesen. Aber es ist trotzdem noch ein bisschen teuer. Hier ist auch die Hülle, die ich jetzt beim S8 immer hatte. Ich habe mich echt gefreut, dass die mit mir eine Kooperation wollten. Und ja, jetzt ist es so. Jetzt wurde mir hier etwas unter die Arme gegriffen. Und jetzt kann ich das für euch auspacken und eine Review folgt natürlich auch in den nächsten paar Wochen. Ja, der Link dazu ist in der Videobeschreibung, der Link zum S8 auch. Das S8 kann ich voll und ganz empfehlen. Das ist das zweitbeste Handy, was es gibt auf dem Markt. Weil für mich das S9 Plus zu groß ist. Einfach so. Also mir ist das so groß. Das S8 oder S9 ist halt schon wirklich groß genug. Jedenfalls meine Geschmackssache. Wenn jemand jetzt fragt, warum ich nicht die Plus Variante genommen habe. Dann drängen wir jetzt hier einfach mal ein. Also das ist so geil. Das ist schon schön. Dann ziehen wir das jetzt einfach mal durch hier. So. Okay, jetzt muss ich nochmal kurz hier diese feinen kleinen Zahlen unten verdecken. Und dann geht es direkt weiter. So. Ich weiß, das sieht scheiße aus, aber das ist halt der Lifestyle. So, das ist die Verpackung des S9. Was haben wir für Daten? Ihr kennt es ja sicherlich schon alle, dass es hier eigentlich die gleichen Daten gibt wie beim S8. Aber wir haben hier eine super Slow-Mo Kamera. Also die ist wirklich überragend. Also ich habe direkt mal mit dem Kumpel im Laden mit dem iPhone X verglichen die Slow-Mo. Und das ist ja viel, viel langsamer. Also richtig geil. Darüber freue ich mich sehr. Dann haben wir halt die üblichen Top-Daten. 4 GB Rahmen. 64 GB Speicher. Die werden direkt noch erweitert hier auf 128 dann insgesamt. Es gibt ja nur eine Variante in 64 GB. Leider gibt es keine größeren. Sonst hätte ich ein größeres genommen. Aber ist egal, ob man sich mit einer Karte erweitert oder hier halt mehr internen Speicher hat. Beim iPhone bezahlt man ja dafür locker mal ein paar Euro mehr. Hier kriegt man für 20 Euro die Karte. Direkt mal das Doppelte. Auf jeden Fall bin ich da bei Android für immer. Wireless Charging. Das übliche Iris Scanner. Das gibt es auch schon. Kopfhörbe, RKG gibt es wieder dazu. Nix weiter Neues. Wir haben mit etwa 12 Megapixel-Kamera. Das ist nicht mehr so viel. Aber die Fotos waren immer sehr geil. Ja, ich bin nicht so ein Mann der Zahlen. Ich bin eher ein Mann der Hardware. Ich will merken, dass was gut ist. Und nicht lesen. Weil das ist technischer Krimskrams. Im jeden Fall sehe ich das so. Das neue Samsung Galaxy 6 ist. Ne. Witz. Ja, das ist die Umverpackung. Und das ist die Verpackung. Die müssen wir jetzt hier durchtrennen. Seht ihr, das ist original. Verpackt. Ich hoffe, ich schneide mich jetzt. Na, schade. Ne. Ah. So. Fein. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Verpackung des S8 aussah. Die habe ich im Keller. Das war einfach viel zu voll, die hochzuholen. Aber ich denke, das ist nachvollziehbar. So, was haben wir jetzt hier? Feinste Zeug hier und so weiter. Ah ja, genau das. Das brauchen wir dann erstmal direkt für die Karte. Aber kriegen wir das hier aus. Oh. Oh. Ich hasse das. Okay. Dann haben wir hier eine Bedienungsanleitung. Quick Start Guide. Oh. Was kein Mensch braucht für ein Handy. Oder? Braucht ihr das? Nein. Ich hoffe doch nicht. Das Handy. Oh. Oh. Schön. Ich habe ja mir damals die silberne Variante hier gegönnt. Das S8, weil das billiger war auf Amazon. Jetzt habe ich es endlich mal in schwarz. Das sieht ja geil aus. Aber man sieht davon eh nichts am Ende. Weil ich hatte jedenfalls immer die Hülle. Aber jetzt könnte ich ja mal eine unternehmen. Mal gucken. Wer würde mich dann noch entscheiden. So. Verpackung. Zubehör. Wir haben einen Adapter USB zu USB-C. Da kann man einen USB-Stick ans Handy anschließen. Oder andere Sachen. Wir haben einen Adapter USB-C zu Micro USB. Wenn man halt mal irgendwo unterwegs ist und keinen USB-C Stecker hat, der die Zukunft ist. Jetzt. Leute. Nicht wehren. Anpassen. Das ist wichtig. Denn hat man halt einen Adapter. Das ist wirklich praktisch. Fein. Fein. Wisst ihr was das geil ist? Wisst ihr? Wir haben eine Kopfhörerbuchse. Ich wollte es ja nochmal erwähnen. Ist aber eigentlich selbstverständlich. Ja. Hier. Original Zubehör. Das muss ich jetzt natürlich nicht auspacken. Habe ich ja alles. So. Dann haben wir hier noch ein schönes Kabel. Das sieht auch ganz schick aus. Nippel für die Kopfhörer und die Kopfhörer selbst von AKG. Die sind gar nicht mal so schlecht. Aber ich benutze nur noch kabellose. Also komplett kabellose. Sind die kabellos eigentlich? Doch die sind ja auch Bluetooth. Ne sind sie nicht hier. Ist ja doch eine Klinke. Man werden endlich hier komplett kabellose. Beziehungsweise Bluetooth Kopfhörer mit in die Standortverpackung beigelegt. Wir haben es 2018. Verdammt nochmal. Ich bezahle dir 850 Euro für ein Handy. Da kann ich auch mal ein paar Ansprüche stellen. Naja. Okay. Das war's. Nicht spektakulär. Nichts Neues. Es ist eigentlich dasselbe. Oder? Ja. Mehr oder weniger. Dann hauen wir mal den langweiligen Krimskrams hier zur Seite. Und befassen wir uns mit dem Handy. Okay. Erstmal ziehen wir es aus und dann gibt es einen kurzen Vergleich. Jetzt haben wir jetzt einen mageren Aufkleber. Na. Das ist auch noch kurz weg. So. Oh nein. Was ist denn das jetzt hier? Mal polieren. T-Shirt. Wieso? Ach sieh. Okay. Jetzt sieht es wieder gut aus. Okay. Also wunderschön. Dieses Schwarz. Ach nicht. Du hast... Hey. Ich hab doch eigentlich die Version bestellt ohne... Na gut egal. Aber das ist mir eigentlich auch wirklich egal. Ich hab ja nie mehr bezahlt dadurch. Ja. Da fehlt jetzt dem anderen Vorbesteller wahrscheinlich die Version mit den zwei SIM-Karten. Aber das ist mir ehrlich gesagt egal. Oh man. Naja. Das ist schön. Jetzt ziehen wir nochmal den Rand ab. Ach. Auf jeden Fall anderes Material wurde hier verwendet. Da ist ja dieser Rahmen sozusagen matt und nicht so glatt wie bei dem S8. Aber das zeige ich gleich nochmal. Aber auch sehr schön auf jeden Fall. Oh nice. So. Natürlich wird seit dem ersten Tag dann eine Hülle getragen dazu. Alles andere wäre eine absolute Sünde. So. Jetzt haben wir hier die beiden Handys. Das ist... Ne die sind ja nicht mal gleich groß. Die sind etwas anders. Auf jeden Fall. Das ist interessant. Wirklich interessant. Halten wir sie mal so nebeneinander. Das S8 ist ein kleines bisschen länger. Wirklich interessant. Der Knopf ist größer geworden. Also der Einschalter. Etwas weiter gerückt. Unten haben wir einen anderen Lautsprecher. Der ist jetzt nicht mehr so mit Rillen. Sondern einfach nur ein großes längliches Loch. Dann ist eigentlich alles gleich geblieben. Ja. Simkartentray ist hier und Mikro vorne auch. Auf der anderen Seite haben wir Bixby. Die ist leider immer nach der Lautstärke wippen. Und das war's. Und ja. Vorne ist alles beim alten. Ja. Es gibt immer noch keinen Homebutton. Und hinten hat sich natürlich optisch das meiste verändert. Hier beim S8 zum S9. Und zwar eigentlich nur die Anordnung der Elemente. Weil hier haben wir die Kamera immer noch in der Mitte. Beim S9 Plus gibt es natürlich diese Dualkamera die überragend ist. Aber das ist mir trotzdem zu groß. Und ja. Jetzt haben wir hier halt den Blitz und diesen komischen Herz Scanner. Rechts und nicht links. Und den Fingerabdruckscanner unten und nicht rechts. Das ändert halt nur die Hüllen. Da kann man jedes Jahr immer eine schöne neue Hülle produzieren. Und mehr Umsatz machen. Das ist ja hoffentlich nachvollziehbar für euch. Warum man da solche völlig sehnlosen Änderungen reinknallt. So. Eine Frage die einige bestimmt interessieren wird. Etwas die ich persönlich für sehr interessant halte. Die Hülle vom S8 passt die beim S9. Probieren wir es mal aus. Es passt. Naja gut. Es passt nicht wirklich. Aber man kann es erstmal verwenden. Wenn man jetzt keine Hülle hat, dann kann man es auf jeden Fall erstmal... Naja was ist denn das? Ne Kacke. Ach ne das passt. Naja gut. Mit den Knöpfen passt es nicht so ganz. Äh gut. Wir haben es abgehakt. Hä was geht denn ab? Naja das ist irgendwie ein sehr komischer Startbildschirm. Also für das erste einschalten. Das ist man eigentlich anders gewohnt von Handys. So. Machen wir es mal kurz an und schauen rein bis es los geht. Schnell alles überspringen und machen. Das Video bleibt trotzdem ungeschnitten. Ähm wir haben jetzt einfach einen groben Überblick gesehen. Was ich halt noch anmerken wollte ist, dass das Rahmenmaterial jetzt matt ist. Also das schwarze hier. Ich weiß nicht wie es beim hellen aussieht. Aber beim schwarzen ist es jedenfalls matt. Und hier beim silberen ist es natürlich so glänzend poliert. Starten. SIM-Karte einsetzen. Ne. Weiter. Mache ich alles später. Ach mach ich jetzt hier. Akzeptieren. Ich will jetzt auf dem Home-Bildschirm. Weiter. Ne. Danke. Ach. Geh mir nicht auf den Sack jetzt hier. Mehr, mehr. So stimmen. Oh ja voll. Ne. Ich will wieder mich anmelden. Nach dem Konto herstellen. Überspringen. Nicht wieder herstellen. Weiter. Runter. Beenden. Alles erledigt. Oh, dass ich das noch erleben darf. Es ist ja der helle Wahnsinn, Alter. Das war ein Schlückeffekt. So. Cool. Da ist es. Kamera ist natürlich das erste was man anguckt, oder? Nein, nein. Dieses Handy wird gerade entjungfert. Das ist so schön. Jetzt bin ich. Läuft. Erste Foto. Kamera sieht sehr gut aus. Aber das war ja beim S8 auch schon der Fall. Rückkamera. Natürlich wieder überragender Autofokus. So geil. Jetzt haben wir halt hier selektiven Fokus noch. Das ist natürlich anders. Jetzt haben wir das hier noch krasser halt, dass der Hintergrund unscharf ist. Aber mehr dazu auch im Review dann detailliert. Jetzt haben wir hier noch Pro, Panorama Pro. Das ist ein Pro. Das ist der Bereich jetzt hier noch schärfer oder was. Ja, auf jeden Fall der Hintergrund sehr verpixelt, wenn ihr versteht was ich meine. Hier mit Bouquet Lebensmittel. Es gibt echt den Filter für Lebensmittel. Also man kann hier, da fokussiert es direkt hier das Essen wenn man es auf Instagram stellen will oder so. Also für mich auf jeden Fall sehr sinnvoll. Weg geht's hier. Meine Fresse ich bin da nicht beknackt. Super Slow Mo. Zeige ich nochmal ganz kurz was damit gemeint ist. Hä? Wieso spielt das jetzt hier in Slow Mo ab? Hä? Irgendwas läuft hier schief. Tippen Sie auf die Aufnahmeschaltfläche und die haben sich sowieso im Beginnwändigen mit dem Quadrat etwas bewegt. Ok. Funktioniert das jetzt? Ah. Guck mal wie unfassbar schnell ich meine Hände bewegt habe und wie langsam das jetzt war. Ok, wie man das direkt betreibt, das muss ich nochmal richtig rausfinden, weil ich jetzt nur so einen ganz kurzen Bereich jetzt langsam gemacht. Hm. Ok. Ist anscheinend nicht so einfach wie beim iPhone, aber auf jeden Fall viel viel langsamer. A-R-Emoji, das kenne ich vom iPhone 10. Ist das das? Wo man so quatschen kann? Äh. Machen Sie Emojis von sich. Hä? Na, hallo. Ich bin ein Hase. Na es funktioniert auf jeden Fall. Ihr seht ja nicht wie ich meinen Kopf bewege, aber der Hase macht dasselbe. Ah. Maaann. So ein Scheiß. Na gut, das braucht eigentlich überhaupt keinen Menschen, aber es ist eine lustige Spielerei. Gehört dazu, denke ich mal Ah, Junge, herrlich Ja, dann kommen halt solche Sachen dabei raus Ist eine gute Spielerei, ohne dass man irgendwelche Apps öffnen muss Ist das hier direkt in der Galerie Die Bilder sind auch sehr gut, auf jeden Fall Also man merkt jetzt nicht wirklich einen großen Unterschied zum S8 Aber man merkt hier diese wirklich, im Vergleich zu anderen, diese absolut überragende Performance Das merkt man sofort Gruppenselfie Es konnten keine Bilder im Gruppen Ah, das ist sozusagen eine Art Panorama-Modus für die Innenkamera Guckt mal, wie lang das Selfie jetzt geworden ist Hier gibt es auf jeden Fall keine Krümmung im Raum Ihr seht, die Linie hier verläuft auch absolut gerade Und das ist auf jeden Fall eine feine Sache Wenn ich jetzt, sag ich mal, wenn ungefähr 30 Leute hinter mir stehen Dann kriege ich die nie alle aufs Bild und so Dann muss ich halt das Handy einfach im Raum Nach so bewegen Und dann funktioniert das Das ist natürlich auch eine geile Sache Schön, also das war jetzt erstmal nur die Kamera Ja Bixby gibt es auch wieder Das habe ich nie genutzt beim S8 Man kann es leider nicht entfernen Das ist halt ein bisschen nervig Aber sonst, also Ja, erster Eindruck Kamera getestet Den ganzen Krimskrams Sehr, sehr schönes Gerät Änderungen auf den ersten Blick relativ gering Also natürlich sehr gering Jetzt kommen erstmal hier die ganzen Sachen rein Und dann geht es richtig los So, wir haben hier wieder eine SIM-Karte In derselben Größe Und die für eine MicroSD Zur Erweiterung gespeichert Die kann das mal direkt hier rein Da haben wir genug Für Alles mögliche So Fein Ja, danke fürs Anschauen Dieses Unboxings Ich hoffe, ich habe euch einen guten ersten Eindruck verschafft Und werde in dem Review Was in den nächsten Wochen, wie gesagt, folgt Euch Nochmal sagen Ob dieses Handy Sein Geld wert ist Das S8 ist es auf jeden Fall Und ja Es gibt dann vielleicht auch nochmal ein Vergleichsvideo So extra Mal schauen Bis dahin Stellt in den Kommentaren eure Fragen Die im Review Unbedingt beantwortet werden müssen Und ja Danke fürs Anschauen Ciao Euer Max Herzberg Herzberg Ich bin jetzt Ich bin jetzt Ich bin jetzt